Moin Moin, ihr geiles Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer Folge TTT. Hallo. Hallo. Hi. Du hast gar nicht gesagt, wer dabei ist, Jay, dann wissen die Leute gar nicht, wer da ist. Ja, Junge, das ist ja zwei Tage her jetzt, das weiß doch keiner. You live ist so nachtragend, Jay, man. Ist hier irgendein Xylophon oder? Bram ist Magier oder Trailer. Irgendwer ist hier an einem Klopp dran. Ich glaube, das ist so eine der hässlichsten Maps, die wir jemals gespielt haben, würde ich sagen. Ciao. Ciao, ich weiß aber, wo du dich hingepunkt hast. Hallo. Ich habe den Punkt ja gerade erst gesetzt. Hallo, Bram. Hallo. Hallo, da oben drauf. Was? Ja. Zack. Dann gehe ich doch ein bisschen höher hier. Ich muss leider die ganze Zeit jetzt bei dir bleiben. Du kannst mich auch einen anderen suchen lassen. Sobald du sexy Jay bist, muss ich dich leider abschießen. Dann finde ich den richtig okay. In meinem Namen, Leute. Oh, ein Geschenk. Das ist ja sehr klein, die Karte, ne? Da ist doch gar niemand. Drei Leute auf einer Stelle da. Einfach eine Melen reinwerfen. Eine Lemon. Kannst du dich einmal disguisen, bitte? Eine Melen-Lemon. Ja, aber dann knall mich nicht ab. Ja. Okay. Wo hast du denn? Jetzt der Brammen. Sag einfach hier unten, wenn Dado dann sofort einen tötet, wüsst ihr alle Bescheid. Dann kann ich mich wenigstens einfacher versprechen. Also hier auf der Karte sieht man, glaube ich, immer, wenn einer stirbt. Dein, wie die ist. Alter. Zack. Bei mir bist du übrigens immer noch Dado-Card. Ja, aber jetzt nicht. Oh, Christian, hast du... Ja, jetzt nicht. Christian hat gerade Sepp gekillt. Gib it nicht, gib it nicht. Seppertrader. Seppertrader, alles cool. War nice. Das hat auch immer Seppert gemacht. Da hinten sitzt eine kleine, schmutzige Leiche. Der hat noch ein Trader-Item da liegen. Da liegt ein Knife. Moment, das ist aber das Roll-Ding, oder? Der ist natürlich direkt hin. Hat es dir das mal gegönnt. Hey! Der ist dann geschürtet worden. Dado. Ich habe nicht geschossen, Peter. Fuck you. Dado hat mich... Peter kommt wieder. Dado hat mich gerade angeschossen. Ja, guter Versuch. Oh! Alter, willst du nicht verarschen? Voll nicht schlecht, Peter. Das kann ich nicht. Wo ist er denn? Kannst du mir mal erzählen, warum du überhaupt gerade gesagt... Der ist hier bei mir am Dach. Okay. Ja, Alter, das kann doch nicht sein, ey. Kannst du mir mal erzählen, warum du unbedingt sagen musstest, dass da ein Roll-Live bei Sepp liegt? Dass da einer hingeht. Ja, natürlich, da bin ich dann... Was? Dass er nicht in sich geht. Ja. Geil, ey. Du kannst machen, was du willst. Sau aus, ey. Ich hab dich schon... Ich hab dich schon... Ich hab dich schon... Einen Rücken hab ich schon gehabt, Christian. Mich hat schon gewundert, dass Bram dich irgendwie gesehen hat. So, okay, der hat ein Messer in der Hand. Sepp ist Traitor. Nein. Ey, da liegt noch ein Traitor. Ich glaub, es ist ein Messer. Auf die Distanz konnte ich nicht sehen, wie du Sepp gekillt hast. Und ich hatte dann nur gesehen, dass der... Arsch, ey. Oh, geil, Alter. Wollen wir mal hier einen richtig fetten Magier machen. Boah, ich hab einen richtig fetten Dalu. Du machst das? War eine gute Runde? Ja, war eine super Runde, man. War einfach mal geklickt, der Dalu. Ja, Dalu war echt... Nein! Jay ist... Jay ist es! Jetzt komm mal her, Dalu! Jay ist... War, war, war! War, war, war! War, war, war! Get him down! Ah, ah, ah! Das ist Magier! Er ist Magier, er ist im Dead Ringer. Ich bin Magier, der ist im Dead Ringer. Ja, du bist auch er! Und Bram ihn! Bram, wieso bist du denn vor mir tot? Weil er im Dead Ringer. Der Bram ist im Dead Ringer. Ach, shit. Nein, ich bin Magier. Ja, ich bin Magier. Weißt du? Du klaut mir doch nicht meine Klasse. Ich will selber auch nicht... Ey, 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 jetzt hast du meinen eigentlichen Magier-Spot gesehen. Das ist nicht cool jetzt. Musst ihn jetzt leider umsetzen. Ja, hab ich schon gemacht. Guck mal, Christian glaub jetzt, er wüsste wo er ist, aber... Hallo? Keiner weiß es! Was hast du vor? Nein, denn... Ich hab einen Trailer gekillt und warte jetzt, bis der Nächste was macht, um den dann zu gehen. Okay. Dann brauchst du ja nicht bei mir rum. Nicht mir folgen, ja? Ich war vorher aufgeladen. Na, Bram kommt zu dir! Der will dich machen! Bram macht nichts. Das ist Jackal. Dann will er mich machen. Bram. Das ist die Feuerbrücke. Ich bin der fette Feuer-Golem. Die Chance, dass Bram aber sein Kollege ist relativ hoh, weil er direkt aus dem Fenster gesprungen ist, um Jade zu helfen. Ich wurde mit der Fahrtgun angeschossen, glaub ich. Also irgendeiner von uns. Wenn einer von unserem Dach stirbt, ist es Sepp. Und wenn Sepp stirbt, ist es Peter. Was? Aber Christian ist doch gerade wieder gegangen. Wieso wurde ich nicht... Ich bin gerade wieder gegangen, weil er das ganze Dach gewackelt hat. Ah, ich falle! Dann ist es Peter. Das war ganz schön lustig. Doch. Was war das für ein geiler Scheiß, Alter? Peter ist die Fahrtgun. Was ist das? Das hab ich ja noch nie gesehen. Peter ist die Fahrtgun. Na, ich geh lieber da, du. Vertrau mir doch. Ey, dir kann man nicht vertrauen. Der hat sich totgefurzt. Okay. Stachelhaus. Ähm, Moment. Ich kann nicht... Ja, das war ein Reaktionsschuss. Du, vielleicht. Ich hab das schon wieder vergessen. Mein Gott. Boah, Glück gehabt, ja. Ja, da hast du Glück gehabt. Ich glaube, Dalu spielt hier auch noch irgendwie. Peter hat die Fahrtrocket geschossen, Leute. Ja, ich weiß. Aber es kann ja auch sein, dass du ein Schakal bist. Kann. Ist aber nicht. Schon wieder eine Fahrtrocket. Die ist auf mich wahrscheinlich. Nee, die ist auf mich! Ähm. Oh. Random Kill. Okay, dann nich. Die ist jetzt auf. Hä? Ist das ein Schweif? Moment. Du. Hab ich jetzt Dalu aus Versehen geschaffen? Ich blick überhaupt nichts mehr. Wow, 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 wow. Oh wow. Nein! Schade Peter. Wo lagst du, Jay? Ich bin tot, ey. Ich hätte ihn so gerne weggeschossen. Ich wurde gefressen von Dalu. Ich hatte ihn lang geblieben. Scheiße. Ich bin tot, ey. Du hast nicht gekillt, Christian. Oh nein. Ich dachte, Bram fängt jetzt an zu schießen. Also ist Bram da doch. Also hab ich auf Bram geschossen und Dalu getroffen. Aber Peter hat sogar gelacht, als einer mit der Fahrt vorhin gekillt. Ja, da kann ich immer drüber lachen. Dein Bild wackelt ohne Ende. Ja, genau. Ja, aber das wackelt bei allen Leuten. Genau, deswegen bin ich auch vom Topf wieder runter. Die Fahrtkahn ist das beste, Leute. Oh shit! Oh shit, was denn? Ohhhh! Oh, Alter. Riesige Poltergeist. Alter, was war das für ein krasses Ding jetzt? Deswegen fährt er hinten immer noch durch die Wüste. Ja, das liegt da jetzt. Da fahrende Hände da. Aber Dalu? Nicht einfach random Dalu killen, weil das ist gemein. Ja, das war echt ein Versehen. Echt jetzt, also... Newton Launcher! Oh, Bram hat mich weggekickt! Oh! Komm, du warst in nem Raum drin. Du warst in... Ja, weil er ist so hart rausgeflogen. Peter hast du... Ne, du hast keine Diegel gehabt. Sepp, lebst du noch? Nein. Ich glaub, Sepp ist gestorben. Ne, Moment. Ne, 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 ne. Moment, ich hab in den Raum hier reingeschossen, wo Peter und Chris sind. Ja, das stimmt. Also Bram hat mit dem Newton Launcher hier reingeschossen. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Ja, das heißt, Sepp hat gelabert. Das heißt, entweder... Ja, Sepp ist trotzdem gestorben. Wahrscheinlich. Ja, oder der labert einfach und wartet irgendwo. Na, Christian, was... Ah, ich seh ne Leiche. Ich seh ne Leiche. Hau ab, Alter, wenn du... Fick dich. Wo ist denn ne Leiche? Hau ab von mir. Geh doch auch! Ja, dann verfolgst du mich! Hier, Jay, anregst du... Ich bin hier hoch! Ich weiß doch kein Anreg. Boah, ich bin auf 6. April runtergeschossen worden. Da, Lu is es! Da, Jay wurde umgeschossen! Nicht von mir! Oh! Ich weiß doch nicht von dir. Oh nein, was war das denn für ne Runde? Oh! Wie hab ich denn bitte an Jay vorbeigeschossen? Ey, das gibt's doch! Der ist auf mich zugelaufen! Wie hab ich an dir vorbeigeschossen? Wie hab ich mit der Sidekick-Digel safe? Voll dich getroffen, ey! So eine Scheiße! Oh! Du hattest keine Diggel, Peter, oder? M-m-m. Wie fliegt man mit dem Schlaf? Ich dachte, das wäre bei uns normal mit Maus. Also, sehr intuitiv, wenn du das machst, willst du direkt... Sehr intuitiv, ja! Du musst aber nicht Leertaste oder sowas drücken, oder? Ne! Das ist die Hölle! Mach das nicht einfach! Das kam nämlich auf einmal so angeflogen und ich dachte nur noch so, nein! Die Kart ist echt arschklein. Aber das war eigentlich ganz cool, oder nicht? Das ist gut für 6 Leute. Meine Damen und Herren! E gleich M mal so C-Quadrat, oder so. Ich bin ein Wissenschaftler! Ich bin ein Peter! Ja! Was wird das? Hey, das ist mein... Was wird das? Oh, ich glaub da wurde einer direkt weggeklickt. Ach, Christian ist Agent! Ich hab meinen geheimen Teleporterpunkt gesetzt. Der ist gerade weggeklickt worden. Ich bin da echt... Ah, da ist er! Geht von mir! Wenn du irgendwas gesehen hast, Sepp, wurdest du von einer Illusion getäuscht. Ja, weil ich dir gerade mit dem Newton Launcher angestellt habe. Ich bin blöd, dass der Damage macht. Tut mir leid. Komm mal, komm mal hier rein! Quatsch, über 8. Wir sollen alle da reinkommen. Es gibt eine Zaubershow. Hier ist keine Bärenfalle. Ich will auf! Hier ist keine Bärenfalle! Achtung! Zaubertrick! Oh, da ist ne Bombe! Da ist ne riesen Granate! LOL! Escalation! 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 Wissenschaftler überall! What the fuck? Was hat die denn jetzt gemacht? Das gehört zu meinem Zaubertrick! Ja, beinahe ist auch ein krasser Zaubertrick! Ja, beinahe ist auch ein krasser Zaubertrick! Ja, beinahe ist auch ein krasser Zaubertrick! Ich bin halt hier geflogen! Ich konnte nix dagegen tun! Oh nein! Guck mal, waffeln mich erst mal! Mit der Kunstbilder-Sack! Ob ja! Das ist so ein Bisser! Was war das denn jetzt? Wie hast du den gesehen, Alu? Ich hatte nen Radar, man! Ah! Jooo! Ich erst mal im... Ja! Ich hab'n gefunden! Ich hab'n mega Trick gemacht! Ich hab'n richtig sicker versträgt, ey! Und natürlich ist mein scheiß Second Shade nicht geprockt, ey! Komm her! Was ist das? Ich krieg'n immer schaden! Ich krieg'n immer schaden! Ich krieg'n immer schaden! Was war das? Du hast... Pisse! RNGs! Wow! Sag'n wir mal Pisse am Arsch! Pisse am Arsch! Finde ich auch gut! So, wer möcht' mit mir Baseball spielen? Hallo, du! Oh nein! Ja, dann Schläger! Gib mir den Schläger zuerst! Nee, nee! Ich darf einmal schlagen, dann darfst du zweimal! Ich fang' an! Nein! Andersrum, aber okay! Okay! Lock in! Du musst aber erst hier hinkommen! Bum! Okay! Nee, nee! Ich bin... Okay, scheiße ist daneben geschlagen! Fuck! Jetzt kauf' ich einen Baseball-Schläger! Scheiße, der ist... Hast du ihn gedroppt? Ja, ich hab ihn gedroppt! Der Schwartler hat nix mehr! Gar nix! Die Pisse hat er geworfen! Den Base hat er gedroppt! Ja, jetzt haben wir jetzt Plätze für ein paar Attems! Unplayed! Guck mal, alle hier außer Jay! Oh Gott! Ich... Stimmt nicht! Schnell Glück gehabt, normal! Stimmt nicht! Kann man eigentlich den Übergang hier kaputt machen? Jetzt gibt's den ersten Headshot! Ja! Sepp! Kannst ruhig confirm! Sepp, könnt ihr mal confirm! Entschuldigung! Dankeschön! Kann ich erst mal nachladen? Du Fotze! Ey, lass uns Jay auch noch erschießen! Mich erschießen? Ja, okay! Versuch! Okay! Nein! Da, was hast du da? Was ist das? Das ist ein Revolver! Komm! Versuch! Komm! Du hast einen Shot frei da, du! Einen Shot! Oh mein Gott! Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Da zählt jetzt nicht mehr! Aber die Superdisco hat doch hier... Wer hat die dir geworfen? Ich nicht! Bist du wieder einer außerhalb der Map am Leben? Ja, ich weiß, Peter! Ich schieß einfach mit meiner USB in euer Richtung! Rahmen! Du Arsch! Jetzt hab ich keinen Schuss mehr! Okay, MBC! Das heißt, Peter ist... Ja, Peter ist der Trader! Peter! Peter ist innocent! Ihr könnt euch schön gegenseitig fertig machen! Nee, Christian versucht gerade in die Map zurückzuhüpfen! Ja! Das geht nicht! Ist der denn? Da außerhalb! Schon richtig! Jetzt häng ich gern! Oh nein! Komm, geh mal gucken, Jay! Kann ich nicht mal selber töten! Au! Also irgendjemand muss auch mich töten! Oder den Traitor! Warum schießt er jetzt ein Chaos auf ihn? Das ist ganz schön frisch! Ich komm ja gar nicht hoch! Wo ist der denn? Ich weiß nicht mal, wo der ist! Oh! Ah! Ja, nice! Das hab ich richtig schlecht geschossen! Kennen aber nicht mehr mit uns! Das ist doch Quatsch hier! Ja! Auf der Map! Da bin ich ganz bei Jay! Ja, das ist Quatsch, ja! Oh Gott! Katja geht mit der Rampage gerade! Warum ist Peter... Warte mal! Wie funktioniert die Fahrtgun bitte? Einen anschießen, warten, zugucken! Ja! Ich hab Peter angeschossen damit! Der hat geblutet! Also der hat geblutet! Und... Ja! Hier ist ein Geschenk by the way! Peter! Ich komm zu dir sonst! Kein Problem für mich! Oh shit! Oh warte! Guck mal hier! War denn das Ding, was so richtig hart abgeht beim Fliegen? Er hat die Pisse auf dich geworfen... ...ja du mach quatsch! Pisse aus meinem Arsch... Alter wieso kommt man da nicht ran, das gibt es doch nicht Oh da kommt der Obststand! OH... Oh nein! Oh... Ist Dalu angefurzt worden? Ok Daluальная, wo bist du? Nein ich mach das nicht! Außer du bist Zander! Ich hab jetzt ne Shontgun Aber warum wacke ichいて jetzt jetzt das Bild? Warum willst du mich direkt killen? Wir hatten ein Spiel gespielt! Spiel das Spiel mit dem Krokodil, hier sind Jay und Bram, Jay und Bram, Jey und Bram, Dalu? Ja, Dalu? Ja, komm, bleib mal kurz, guck mich mal an. Ich finde das nicht gut, wenn Jay einfach stehen bleibt an einer Stelle, das heißt nichts Gutes. Achter, du hast mich versucht zu tönen, ich habe 64 HP, du achte. Jay hat so getan, Jay hat so getan, als wenn der Jackal ist und mich zum Sidekick machen will und hat mir da echt einen Deal auf mich geschossen, ja. Du hast geklappt. Wer hat da gerade Christian gemacht? Der Jay. Aua, ey, was habe ich nicht, echt nicht. Christian hatte gerade ein Trade-Item in der Hand. Guck mal, kannst du mal confirm? Der hat auf mich geschossen. Zepp ist Traitor. Einer ist auf jeden Fall schon tot. Peter. Peter, lebst du noch? Ja. Ja, Peter lebt noch. Ja, okay, ich bin innocent, fuck you. Ja, bist du nicht. Ja. Bist die Mini-Turtle. Ah, Jay hat mich weggeklickt. Sehr gut, Jay. Das war tatsächlich die Sidekick. Ja, natürlich war sie das. Ja, das war geschickt dann von Dalu, muss ich sagen. Boah, das war auch gar nicht, die macht aber schon Schaden. Nein, macht die nicht, hatte Fallschaden bekommen. Aber das haben so viele Leute vielleicht gehört, da hab ich dann gesagt, du hast wirklich auf mich geschossen. Ja, weil das auch nicht so leicht ist, ihr auf der Webdat-Utetag zu machen. Und wer waren die Traitor? Christian und Zepp. Christian und Zepp und ich. Ah. Da haben mich direkt weggeschossen. Oh, ich bin schon wieder Elf. Present of Fate. Nein, ich will nicht in Pisse baden. So? Eine ruhige Runde hier. Ob du hier rüber willst? Ey, ich bin Peter! Ey, ja, ja. Ich bin Gambler, Peter ist Traitor. Und Bram ist das Fass, was neben Peter ist. Find dich, Peter, du bist weg. Haha, tschüss, Peter! Ey, ich werd auch beschossen. Ey! Noch höher, noch höher, noch höher. Ja. Kann nicht wahr sein. Verdammt, ich wollt grad... Spiel das Spiel mit dem Superschaf. Ich hab mich wieder geduckt. Das ist scheiße. Tschüss! Peter? Ja? Bist du außerhalb der Map? Ja. Ja. Gibt's hier nicht noch irgendwelche Items, die ich benutzen kann, um mich da wieder reinzuholen? Second Chance und dann kill in die Konsole. Grapplin' Hook. Und dann hoffen, dass es klappt. Oh, Grapplin' Hook vielleicht. Habt ihr sowas? Ja. Silence Crossbow. Blink! Blink hab ich auch noch nicht gesehen, leider. Blink ist weit unten rechts. Doch, Blink ist da. Oh, da! Oh, da hat das funktioniert. Kommst nicht mehr in die Map rein. Also ich hatte eben den Bull und ich konnte nicht da reinspringen. Ich muss höher. Wartet doch schon auf mich, das gefällt mir gar nicht. Ja, nochmal, dann schaffst du's. Noch einmal. Wow! Nein! Wow! Oh, nein! Oh, still alive! Na verdammt! Oh, still alive! Das ist nice! Fuck ey, wieso stirbt man nicht, wenn man da rausfällt? Und auch keine mehr abgezogen werden. Dalu, Dalu hast du mich mit dem Schaf gekillt? Ja, 69. Da stand, ich hätte mich selbst erledigt und ich weiß aber echt nicht. Wieso bist du gestorben? Also, ich hatte jetzt am Ende Sepp erschossen? Ne, Sepp müsste mich gekillt haben, du warst doch mit mir oben. Ich hab mir, ich hab mir, ich war, ich war Schakal. Ähm. Und wo warst du? Ich stand, ich stand hier, hier drauf, hab mir die Diegel gekauft, hab auf die gewechselt und hab mich explodiert. Aber wo ist hier drauf? Dann stand da, sie haben sich selbst erledigt. Auf dem, auf dem, äh, auf der... Am Spawn. Ich seh ja alles. Nee, da wo, da wo Jay gerade drauf ist. Achso, ne, mein Schaf ist am Spawn explodiert. Hä, woran bin ich denn da gestorben? Oh Gott. Alles gut. Sind die gerne coole Waffen? Coole. Psch, 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 psch. Weiß nicht, wo ich bin, okay? Okay, ich fress dich aber, wenn ich dich finde. Stehst du da oben jetzt als Drop oder was? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Fass jetzt. Komm, ab nach oben und das Fass nehmen und wegschmeißen. Wo bist du? Moment, was stehst du denn hier? Psch. Das ist ja, was machst du da? Was machst du da? Pto ist grad Tau. Komm, du kommst nicht mehr so. Ich bin in der Zeit, aber das konnte ich mir echt nicht nehmen lassen. Dann war ich dein Schaf. Das war echt einfach so. Das ist ein Trailer, der hat ne Bärenfalle gemacht. Nein, der schießt doch auf mich! Das ist ja ne Bärenfalle oben. Ne, Moment! Nein, jetzt bin ich in die scheiß Bärenfalle gelaufen! Ach Bram, ey! Los! Ich bin vom Federeck geraten. Bram hat dir aber den Arschgeld, Christian. Ich war kurz vor euch zu erschießen. Ich war schon tot. Nein, als du die Bärenfalle gelegt hast, wollte ich dir grad nen Headshot geben. Da hat Bram mich oben erschossen. Da stand Sepp doch neben mir. Ja, ich war über dir. Ich stand genau oben. Boah, das war aber richtig schön. So warst du Jäger? Ne, aber du hast die Bärenfalle auf die Treppe gelegt, ohne was zu sagen. Das war schon komisch. Ich konfesse, hier würde ich jetzt aufgetein, wenn ich Inno gewesen wäre. Immer, will immer als Jäger die Bärenfalle legen. Egal was, mach ich immer. Aber war ich jetzt gerade gar nicht. Ist doch lustig. Ich leg dich auch immer. Ich find das witzig einfach. Vor allem fährt Bram. Du hast es selber gemacht. Komm Dalu, ich kann dich heilen. Komm her Dalu, ich heil dich. Ich heil dich Dalu. Weg da, ich muss geheilt werden. Oder ich werd verbrannt. Ja, stell mal. So. Andere Maus. Das ist nicht gut. Okay, dankeschön. Ja, du bist doch nicht falsch. GAUS! Au! Da könnte Andere sein. Ne, ich mach aber nix. Das haben wir gemacht. Ich tanze oder sowas. Scheiße. Peter. Sind wir in meine Bärenfalle gelaufen? In deine Bärenfalle? Ja. Das macht es jetzt nicht besser. Aber sind wir Jackalen, Junge. Ist doch gut. Ja, und du bist Trailer. Er hat ja alles angeguckt. Ich bin nicht Trailer. Sonst hätte ich mich da nur eingemischt. Peter. Du bist wahrscheinlich noch Trailer. Dafür, dass du jetzt einen Eno gekillt hast. Ich hab keinen Eno gekillt. Dafür, dass du jetzt random eingekillt hast. Ich hab einen Jackal gekillt. Fuck off. Random. Drück jetzt auf das Geschenk. Ne, ne. Nimm das mal. Boys. Boys, boys, boys. Bram, nimm du das Geschenk. Wisst ihr, was das Beste an diesem Server ist? Geil, Alter. Was denn? Hier liegt auch die Gauss-Kanone von dem. Das Beste? Oh, sorry. Jetzt bist du tot. Weil ich hier ne Taube hab. Wuhu! Scheiße! Der wär ja auch zum Schneemann geworden. Ich weiß, aber trotzdem. Ihr habt die Taube gerade gefunden im Shop. Die Taube haben wir doch bei uns auch. Die haben wir doch einfach nur verboten. Ach, die haben mich dann hier mal rausgenommen. Ist weh. Ne, die spawns nicht mehr drauf. Die spawns nicht mehr drauf, soweit ich weiß. Gut, dann nutze ich die jetzt nicht mehr. Ich muss das jetzt einmal machen. Du hast sie so vermisst, wa? Ja, hab ich auch. Wie gierig er sich die Finger geleckt hat. Ja, hab ich auch. Ich wollte Dalu damit richtig schön und mich auch im Zweifel in die Luft jagen. Ah, scheiße. Ja, wir hatten gesagt, als Jäger die Batrap immer setzen. Weißt du? Immer! Bei mir reingelaufen. Also ich bin dafür fast gekillt worden. War schon böse, Peter. Nein, ich weiß. Oh, oh. Wichtig ist erstmal ein Geschick. Hey, hey, hey. Was soll das? Das ist wirklich wichtig. Ich wollte fiese Dinge anstellen. Kloaking, wie weiß? Ist er mein Traitor? Kloaking, Smoking, ey. Nein! Da ist jemand gestorben. Da ist einer runtergefallen. Christian ist in die Bärenfalle gelaufen. Ich bin in die Bärenfalle gelaufen. Er lebt aber noch. Er ist wieder gestorben. Hä? Was? Er war im Deadlinger. Hey Moment, er kann ja nicht. Doch, stimmt. Ja doch. Okay, da sterben wir jetzt ganz schön viele. Okay, hier ist gerade. Okay, hier ist Jane. Dalu ist Jakal, ich bin Gambler. Gamble, Schmemble, Alter. Ich hab den Random Damage noch direkt am Start gemacht. Hab gefragt, wer den bekommen. Gamble, Schmemble. Ich werd beschossen. Ganz hinten. Ah! Ganz hinten. Schmemble. Schmemble. Schmemble, Gamble. Dalu wird jetzt pupsen. Nee. Doch. Nein. Doch, Dalu. Du wirst ganz toll pupsen. Habe ich jetzt einer gestorben? Hehehehe. Ja, fand ich witzig. Oh, Dalu kommt wieder! Das kann ich, weiß nicht. Zwei Mal muss ich den jetzt schon töten. Wie häufig kommst du eigentlich immer wieder? Brauchen wir zumindest einen Trailer. Ich hab einen Trailer gekillt. Gibt, ihr lebt überhaupt noch andere Innosente? Hm. Es gibt doch nicht Dalu. Du stirbst doch mal. Was für Kackwaffe ist das denn? Sehr gut, Peter. Dankeschön. Dalu von dein Fenster zum nächsten, ey. Ist wie Hits the Duck, ey. Und dann Sepp irgendwie Likastheniker im Beschießen ist. Ist echt geil. Dalu hat 85 Punkte. Ich hab sechs. Sechs. Irgendeiner hatte mich hier in einer Runde da beleidigt. Ja, ich war das. Ich glaube, da ist nicht mehr viel mit Punkten, ey. Ich hab mir gedacht, du kannst das nicht. Ja, dazu steh ich. Wieso hat er denn jetzt die Waffen nicht aufgenommen? Weil ich die genommen hab. Ja, aber ich hatte keine Waffen, die haben wieder rumgelaufen. Oh, ich bin ne Wissenschaftler. Oh, nice. Fromage. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Hä? Du hast ihn gemacht. Ja, ich bin in der Bärenfalle. Kannst du mich heilen? Kannst du mich gegenheilen? Ich bin Spatenkick. Mach ihn weg. Das war echt ärgerlich jetzt. Ich bin innocent. Ich mach den noch nicht weg. Verrückt. Da hat jemand ne Mail geplättet. Wer hat getrunken? Wer? Du? Sepp! Zalu hat getrunken, du Arsch. Du hast getrunken, Alter. Willst du mich verarschen? Jawoll, meine Märtyrer hat noch einen gekillt. Nein! 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 Alles auf, ist. Nom nom nom. Man trinkt ja einfach der Bärenfalle. Du geil, ey. Einfach mal gegenheilen, ne? Vielleicht geht das ja keiner mit. Ne, das werden wir nutzen, ja. Wieso habe ich für den Innocent Kill keine Minuspunkte gekriegt? Du hast doch Minus zwei jetzt, oder? Ja, aber ich habe einen Punkt bekommen letzte Runde. Ja, ich glaube, ich habe... Du hast doch sechs letzte Runde gehabt, hast du auch gesagt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist Minus zwei. Ja, aber wenn du auf C guckst und das... Ja, aber wenn du auf C und das Score guckst, dann habe ich einen gekriegt. Oh. Brahmin Stone. Brahmin... Oh! Wie, Brahmin? Nix der Brahmin? Ich habe einen Schneeball ausgelegt. Ja, komm ey! Ja komm, das habe ich doch gar nicht. Ne, ne, habe ich nicht. Dalu schlacht euch doch nicht unglücklich. Frohe Weihnachten. Oh, er hat Dalu zum Schneemann gemacht. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz kurz sagen, ja, dass meine tiefsten inneren Gelüste durchgekommen sind, um 85 Punkte Dalu einfach mal zu rasieren. Peter ist tot, habe ich auch gemacht bei Sway. Ne, ne. Peter ist tot, habe ich auch gemacht bei Sway. Ähm, hallo? Der ist hier an der Treppe. Hallo? Der Böse meintste? Ey, was soll das? Worum sollte er denn noch nicht sein? Ja, okay, ich werde von Peter und von Sepp beschossen. Die sind wahrscheinlich Jackal oder so. Ja, von mir auf jeden Fall. Du hast doch vorher auf mich geschossen. Ich habe noch gar nicht auf dich geschossen. Was soll das denn? Hier lief gerade irgendwas Schwarzes über die... Okay, keine Ahnung, Alter. Du bist schwarz. Oh, ich wurde teleportiert. Christian wird auch auf mich geschossen. Ich wurde teleportiert. Alles klar, schießt alle auf mich, ihr Pisser. Ach, das ist gut. Was soll das denn? Jay, sorry. Ja, ja, ja. Natürlich, alles Sorry. Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, sorry. Sorry. Ja. Du Arsch. Du nicht Arsch. Hm. Christian? Das ist schön. Willst du mich zum Sidekick machen? Dann gewinnen wir beide. Kann ich nicht. Mal weg. In a one horse open sleigh. Was ist denn jetzt überhaupt hin? Sepp, 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 sepp ist es. Glaub ich nicht. Sie haben. Sie sind's von 8 CFP hing gemacht. Sie sind weggekunt. Sie sind rausgekehrt. Das wach! Lalalalalalau! Oh wa scha-sa-sa-sa! Mann, ey, ich hab' keine Munition, keine Waffe, kein gar nix hier gefunden, ey! So nerotste! So Boys, letzte Runde jetzt! 95, ist halt aber der shit, ey! 100 machst dann nich! Ja, natürlich mach' ich das nich' wenn du mich wieder random ge- Ich wollte doch obwohl du mich random gekillt hast, wollte ich dir noch zum Sidekick schießen. Und du hast das Geschenk gedroppt und ich habe das Geschenk abgeschossen. Also in der Luft, das Geschenk hat den Sidekick-Schuss geblockt. Bram, wie hast du eigentlich mich getötet? Hast du das überhaupt mitbekommen? Ich habe dich getötet? Nein, ich habe dich gekillt. Echt, du hast mich gekillt? Warum hast du mich denn gekillt? Warum? Ach so, mein Gott, habe ich mich geärgert. Du hast auch noch so abkommen gesagt. Ja, vielleicht. Ich sterbe einfach so komplett ohne Grund, habe keinen einzigen Schutz abgesetzt. Bleib mal kurz stehen, Jay. Ich will dich bestimmt töten, ich will dich nur teleportieren. Klar, du Arscher. Das könnten Christian und Jay sein. Und Jay sein, ja. Nein. Ich bin mit dem Poltergeist hier gerade. Ja, ja, bleib mal kurz stehen. Wenn wir einen davon konfirmen, ist der von mir geportet worden. Da ist Jay. Der von mir. Ist einer von euch Jäger? Ich nicht. Ich habe Angst. Ja, auf der Treppe würde ich nicht hingehen. Ja, die Treppe ist safe. Hier schießt jemand auf mich. Christian wollte mich mit dem Spartan-Kick töten. Ja, stimmt. Ja. Warum? Jay will mich töten. Der hat mich angemessert. Confirme ihn. Confirme ihn. Wow. Okay. Ja, wenn er nämlich Sidekicks hat. Jay hat aber zuerst Sepp geschrieben. Dann hat Sepp Jay geschrieben. Ja, aber wenn er Sidekick gewesen wäre, hätte ich dich abgeschossen. Ist der? Warte mal. Oder hat er versucht, mit der Rolle zu messen? Ey, Dalu. Achso. Ja, genau. Wie ist denn das bei Sidekicks? Was wird denn dann angezeigt? Sidekick steht da im Skal. Okay, okay, okay. Weil ich habe nämlich jetzt 78 Leben, aber bin immer noch innocent. Und habe ihn dann einfach mal weggemacht. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn er innocent ist. Naja. Macht das nicht. Aber ich werde dich mit meinem zweiten Auge beobachten. Ach, das war sein Ghostknife, womit er mich wahrscheinlich... Das gibt vielleicht insofern Sinn, dass du vielleicht nicht innocent bist. Ja, eben. Aber er hat mich ja zuerst gemessert. Mhm. Normalerweise bist du doch der, der zuerst messert. Aber ich hatte gar kein Messer. Ich bin nämlich ein Junkie. Und Junkies haben kein Messer. Das ist... Allgemein bekannt. Nadel. Nee, nee. Christian Stachelhaus. Nee, Dalu kanntest du das. Christian Stachelhaus, ja? Ja, was soll denn das? Was willst du hier? Nee, gar nichts mehr. Das ist schon wieder gut. Sepp, Sepp, Sepp ist es. Guck mal, ich geb dir mal... Ja, das glaub ich auch. Ja, guck mal da. Ja, dann mach doch. Das war das Messer von J. Das ist ein Eisleif. Du hast vier Punkte. Ja, ich suche immer noch die passende Waffe dafür, Alter. Nimm das mal bitte in die Hand. Ja, dafür muss ich erst mal in anderen Sachen droppen. Dalu, geh mal einen Schritt nach rechts oder so. Das war Pisse, oder? Ich hab hier gerade Wasser gehört, auf jeden Fall. Dalu hat irgendwas auf mich geworfen. Ihr seid doch alle Pinner. Nee, 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 nee. Okay, Sepp war echt innocent. Dalu auch. Achso. Okay. Also Sepp hat gerade Dalu halt einfach so gemacht, weißt du. Und ergeblich war halt dann Pisse. Irgendwie hat er die Pisse auf dich geschmissen. Pisse in meinem Arsch, ja genau. Das ist ja nicht so schlimm. So, macht ihr beide euch noch oder macht ihr mich beide? Nee, wir machen dich beide. Okay. Wo ist denn der? Okay. Ja, da war eine einfache Runde, ne? Was hast du mich gemessert, J? Ich hab die, genau wie gerade auch bei Christian, einfach mit dem Ghost Dive ein bisschen Spaß gehabt. Die haben mich gemessert. Ja, ach, und dann wunderst du dich. Ich hab dich nicht gemessert, ich hab dich rumteleportiert, aber du merkst halt einfach gar nix. Naja. Das war die Runde, 95 Punkte, schade da. Ich möchte mal ganz so sagen, dass ich in der Runde mein Video mit 23 Punkten hatte, mit trotzdem noch dritter geworden. Ich hätt's dir ja gegönnt, ja. Aber naja, Jay und ich haben schon ein bisschen darüber gelabert, dass Jay die Leute hier teleportiert. Ja, weißt du so. Du merkst halt einfach gar nicht. Ich finde es gut, dass du den weggemacht hast. Mach auf, so ein Quatsch. Kann ich hier nicht joderieren. Tschüss. 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 Tschüss.